So, guten Tag werte Tester bzw. werte Zuschauer. Eisengott ist mein Name und manche kennen mich ja schon als Abonnenten oder Reinschauer. Und heute will ich euch mal Life as Feudal zeigen. Zumindest die Pre-Alpha-Version, wie man oben links sehen kann. Version 04301 bla bla bla. Und ja, ich möchte euch dieses Spiel zeigen, weil ich denke es hat sehr viel Potenzial. Es ist ein Sandbox-MMO im mittelalterlichen Zeitfenster angesiedelt. Und ja, die Karte ist sehr sehr groß. Wie groß weiß ich jetzt allerdings gar nicht. Moment, ich schau da mal eben schnell auf der Minimap. Das hier ist zum Beispiel der nördliche Teil. Und ja, es geht noch sehr viel weiter runter. Hier überall noch. Und wir haben es uns hier gerade an diesem schönen sehr gemütlich gemacht. Wie gesagt, Grafik ist noch nicht so ganz das Gelbe vom IA, aber es ist ja eine Pre-Alpha. Von daher alles zu verkraften. Ich weiß nicht, ob mein Maus-Cursor momentan integriert ist. Wo ich jetzt eine Overlay-Version hier gerade anhabe, wo ich Sachen dragen kann. Ähm, aber wir haben hier zum Beispiel unten verschiedene Skills. Waffe ziehen, Waffe wegstecken, bescholterte Waffe ziehen und so weiter und so fort. Flucht ergeben und sich nach Hause zurückbeten. Was in diesem Fall die einzige Stadt auf der Karte ist. Und zwar hier. Die NPC-Stadt auf dem Anfangsserver, wo man sich einloggt. Server 25. Es gibt hier mehrere Server. Ich werde auch mal einen Link unter das Video setzen, wo ihr euch einen Trailer angucken könnt. Zu dem Spiel. Weil ich will jetzt nicht so die Grundsachen zu dem Spiel erklären. Sondern eher, was man von dem Spiel momentan erwarten kann. Wie die Game-Mechaniken so sind. Also etwas halt. Ähm. Ja. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Server. Ich glaube bis zu 46 Stück. Alle sind 3x3 Kilometer lang. Ähm. Ja. Und es geht hier praktisch darum, dass man seinen Charakter frei entfalten kann. Wie man bei den Skills hier sieht. Es gibt verschiedene Skill-Trees, die man alle bis 100 leveln kann. Jedoch ist bis 90 wahrscheinlich ja. Denn wenn man es bis 100 leveln will, braucht man so, äh. Ein Jahr. Oder halt eben auf jeden Fall viele Monate im Real Life. Bis man das, äh. Auf 100 gelevelt hat. Und da erhöht das eigentlich immer nur so ganz kleine Dinge. Wie zum Beispiel Slightly Increased Prospecting Range. Dass du halt über ein bisschen mehr Radius auch, ähm. Ähm. Was entdecken kannst. Also etwas. Also. Es ist, äh. So eine Sache. Weil. Man hat zwar die Prestige, dass man es auf 100 hat. Ich glaube es gibt später dann auch, ähm. Wenn das mal implementiert ist. Sowas wie, äh. Spezielle Titel. Wie Meister der Zunft, äh. Prospecting. Oder äh. Meister der Minen. Irgend so was halt. Dass du halt so, so einen Ehrentitel hast. Wow. Du hast kein Leben. Du hast den Skill auf 100 hochgebracht. Sowas in der Art. Ähm. Ähm. Ja. Genau. Dann gibt es ja auch. Chip. Wohemers. Zum Beispiel so Sachen wie Heilen. Ähm. Hier. Das ist der Skill hier. Dafür musst du aber erst so. Nature's Lore. Also so, äh. Kräuter finden. Äh. Pflanzenfasern finden. Die findet man dann zum Beispiel. Äh. So sehen die hier aus. Die Pflanzenfasern. Hier haben wir einen Placeholder-Icon. Für eine Falle. Lehm. Äpfel. Kekse. Äh. Äh. Felle. Rinde. Ein Messer. Ein Primitives. Ich hab hier noch eine primitive Sichel. So eine gammelige Kutte. Mein Charakter sieht halt auch dementsprechend aus momentan noch. Eine primitive Schaufel. Die eigentlich aussieht wie eine Keule. Oh. Ne. Halt. Ne. Was tust du? Wahrscheinlich. Er hat sie einfach nochmal drüber angelegt. Okay. Ähm. Ja. Genau. Hier unten. Neben unserer Stamina Bar. In grün. Sehen wir. Wenn ich renne. Geht die runter. Hier. So. Jetzt geht's runter. Das ist unser Soft Stamina. Das ist die Stamina die wir verbrauchen können. Unser Hard Stamina ist äh. Moment. Das war. L. I. B. B. Was B. Nein. C. Nein. P. Player. So. Da haben wir es ja. Wofür war Hard Stamina auch nochmal gut? Ich blick durch die ganze Stats noch nicht so ganz durch. Äh. Auf jeden Fall. Waren wir ja beim. Äh. Skilltree. Bei den. Es gibt verschiedene Skills. Crafting Skills. Äh. Minen und äh. Also Mining und Schmiedekunst. Hier ähm. Zum Beispiel jetzt noch ähm. Forstwirtschaft. Schreinerei. Ähm. Hier Carpentry. Dann auch Baucraft. Dass man sich halt Bögen herstellen kann. Und so. Meisterlich äh. Warfare Engineering. Also Trebuchets. Äh. Rammen und all sowas. Dann. Der Nature's Law Skill ist ähm. Beschäftigt sich halt äh. Mit Alchemie Heilung und. Ja. Kräuterkunde. Äh. All sowas halt. Das heißt. Zum Beispiel. Ich kann das mal zeigen eben. Ähm. So. Freie Sicht wieder aktiviert. Dann geht man hier auf den Boden. Mit Rechtsklick oder mit Q. Hat man dann hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wie zum Beispiel Nature's Law. Search for Herbs. Gather Plant Fiber. Und Search for Something Edible. Also nach etwas Essbarem suchen. Ähm. Ich könnte jetzt zum Beispiel auf Search for Herbs gehen. Dann würden sich mir hier noch verschiedene Sachen aufpoppen. Wie zum Beispiel Auto. Das heißt, dass ich automatisch nach Kräutern suche. Auf diesem Gebiet. Und den angrenzenden. Ein Minigame könnte ich spielen. Oder ich äh. Spiele. Den besten. Zusammengesetzten Spielstand. Aus mehreren Minigames. Die ich bisher gemacht habe. Den Results Pool. So. Ich mache das einmal als Minigame jetzt hier. Der sollte das dann auch aufnehmen. Dann poppt hier so ein kleines Fenster auf. Düptiludü. Und dann geht es halt darum. Dass du so äh. Hier so. Kräuter auf diesem Untergrund fühlst. Was ganz schön tricky sein kann. Dann schauen wir doch mal. Ich bin nicht der Beste da drin. Aber ich gebe mir so. Zack. Zack. Ey. Wo haben wir noch welche? Leute. Zeitdruck hier. Da oben. Nein. Da ist keins mehr. Hier. Offensichtlich. Super. Ich wette. Ich habe mich schon wieder 30.000 übersehen. Weil die sehen teilweise echt so aus wie alles andere hier. Und das ist echt blöd. Ah. Kommt schon hier. Da unten ist noch eins. Ah. 14,20. Na gut. Okay. Dann ähm. Hat sich hier halt. Dieses Feld eventuell verändert. Und wenn es das nicht ist. Dann sieht man aber hier. Sind so kleine weiße Pflanzen aufgepoppt. So. Überall hier um uns herum. Das sind zum Beispiel die normalen Kräuter. Die man immer so standardmäßig findet. Wenn man so. Ähm. Nach denen sucht. Dann könnte man jetzt zum Beispiel mit rechter Maustaste gedrückt halten. Und dieses Fadenkreuz hier über die Pflanze bewegen. Bis die so weiß leuchtet. Was ein bisschen friemelig ist. Weil die anscheinend eine sehr genaue Hitbox haben. Das lässt man los. Und dann kann man Gather Herbs machen. Dafür braucht man dann aber. Ähm. Dieses Werkzeug hier. Wo man gerade sieht dass ich es benutze. Die ähm. Sickle. Primitive Sickle. So. 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 Und dann steht hier im System Chat. Dass wir eine ähm. Perse Tuhara gefunden haben. Das wäre ein Inventar. Das Ding hier. Leider weiß ich noch nicht wie man Kräuter herstellt. Also ähm. Herbalism Skill. Das wäre. Der hier. Herbalism. So. Sich äh. Sachen zusammen mixen. Preparations. Also Vorbereitungen. Für wahrscheinlich Wundverbände. Oder für die Alchemie. Was ich eigentlich sehr lustig finde. Weil ähm. Heilen ist bisher noch nicht implementiert. Aber Alchemie. Und um an Alchemie ranzukommen. Muss man Heilung mindestens auf Level 30. Aber optimal auf Level 60 geskillt haben. Was übrigens überall so ist. Wenn du äh. Was auf Level 30 hast. Hast du zwar den nächsten Tree geunlockt. Hier. Den nächsten Subtree. Aber du kannst es dann auch nur bis hier. Mit Level 60. Im ersten kannst du das zweite halt auch irgendwie weiter skillen. So habe ich das zumindest aufgeschnappt. Jetzt in der Pre-Alpha-Phase kann man halt alles schneller leveln. Wofür du. Normalerweise so. Äh. Eine Woche oder so brauchst. Kannst du hier in zwei, drei Aktionen machen. So wenn du. Ein paar mal hier. Die Sachen gathersst. Äh. Moment. So. Zum Beispiel äh. Gather Plant Fiber. Ja. Das mit dem Plant Fiber ist halt so eine Sache. Man braucht das Zeug um ähm. Um. Um primitive Tools herzustellen. Aber. Niemand weiß so genau wo Spawn. Man sagt zwar hier auf dem Boden. Kannst du natürlich überall danach suchen. Aber. Erhöhte Wahrscheinlichkeit ist halt bei Bäumen und so. Sorry wenn es laggt. Aber die Bäume hier fressen total die Performance. Und wenn man das mal so. Minimap technisch hier ansieht. Wir sind mitten in so einem nordischen Urwald hier. So und da sagt man halt. Dass die Wahrscheinlichkeit angeblich erhöht ist. Auf solchen Teilen hier. Wenn hier so ein Busch mit ins Geländefeld ragt. Oder wenn es nahe bei einem Baum ist. Wir können das ja mal testen. Aber ich. Ich für meinen Teil denke eher. Es ist random. Einfach nur random. So wir haben nämlich nichts gefunden. So. Ich geh hier erstmal weg. Damit die FPS wieder ein bisschen höher gehen. Und dann im Wald kann man halt auch zum Beispiel. Der Wald ist so das Gebiet für die Leute. Die Nature's Law skillen wollen. So wie ich. Weil ich halt so. Später. In. In der richtigen Alpha. Wenn es eine Alpha ist. Und keine Pre-Alpha. Dann werde ich auch Leute heilen können. Weil ich mir so den Weg des Mönches gehen will. Halt eben. Ja. Dann. Wenn man so will. Die Heiler Klasse. Aber jeder kann ja. Skillen wie er will. Das ist ja das Schöne. Ähm. Ähm. Da ist halt der Wald. So ziemlich das für Nature's Law. Weil da gibt es halt. Erhöhte. Wahrscheinlichkeit dann. Dass man. Bären finden kann. Über Gathering. Hier. Ähm. Kennen wir sagen Fresh Herbs. Also Bären. Pilze. Ja. Diese ganzen Herbs. Die hier gespottet sind. Da wäre zum Beispiel auch noch so meine Theorie. Dass auf den Geländefeldern. Wo jetzt diese. Ähm. Kräuter aufgepoppt sind. Wenn ich die jetzt nochmal wiederfinden würde. Ah. Genau hier. Meine kleinen Kräuter. Die ich gerade gesucht habe. Dass man auf den Geländefeldern. Wo die gepoppt sind. Dann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat. Dass man. Wild Plant Fiber finden kann. Nein. Ah. Na ja. Gut. Wie gesagt. Es ist äh. Immer so eine Sache. Aber ich glaube. Wo die dann. Ähm. Gespawned sind. Hier. Kann man auf jeden Fall. Diese Tarp Roots finden. Wenn man. Dann auf. Gather something edible geht. Also. Such dir mal was. Essbares. Und. Na gut. Oder auch nicht. Ja. Das Spiel straft dich gerade Lügen. Wie gesagt. Alles noch Pre-Alpha hier. Ähm. Ja. Was könnte man denn noch machen. Ich habe ja eine. Ähm. Genau. Einer der großen Aspekte. Ist das Terraforming. Und Free Building. Also. Ähm. Ja. Zum Beispiel. Ähm. Du kannst dir Tunnel graben. Du kannst alles mögliche machen. Was du eigentlich hier willst. Ich muss mal kurz gucken. Habe ich in meinem Inventar noch. Flintstein. Nein. Kann ich keine Spitzhacke bauen. Schade. Oh. Ja. Was machen wir denn dann mal. Ähm. Spitzhacke ist halt nötig. Um Tunnel zu greiben. Weil jetzt könnte ich mit dieser. Primitiven Schaufel. Könnte ich erstmal nur. Hier. Terraforming. Lower Ground Level machen. Mit meiner. Primitiven. Holzkeule. You can't take that. You're overburnt. Ah. Genau. Äh. Hier. So inventartechnisch. Seht ihr ja. 280. 134. Ich bin total überladen. Ähm. Vornehmlich wegen dem ganzen Clay. Andererseits aber auch wegen den Fällen. Die wiegen halt auch was. Aber ich wurde von meiner Gilde angewiesen. Dass ich das mitnehme. Deswegen werde ich das hier jetzt nicht abladen. Auf jeden Fall würde sich dann hier so ein Hügel aufschütten. Ich könnte mir später noch einen neuen Charakter machen. Und dann damit mal gucken. Ob wir ähm. Ob wir das dann mal hinbekommen. Das war dann da. Auf jeden Fall. Ähm. Mit mal ein bisschen Terraform. So. Dann hätten wir hier zum Beispiel. Wasser. Wasser ist nicht unser Feind. Wir können schwimmen. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt auch tauchen. Weil es noch keine äh. Luftanzeige gibt. Also wenn wir ins Wasser gehen haben wir hier. Seht ihr. Hier poppen dann gleich sofort. Restrictions auf. Diese äh. Ketten und. Der. Die Fußfessel hier. Also ähm. Slowed. Und. Ähm. Disabled. Das heißt halt dass wir uns eigentlich langsamer fortbewegen können. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist Schwimmen eigentlich noch die schnellste Fortbewegungsart. Weil. Es gibt eigentlich auf der ganzen Map. Äh. Flüsse. Hier. So diese großen Fjorde. Und. Ich finde man ist schneller im Wasser unterwegs. Als auf jeden Fall. Äh. An Land. Und. Von daher. Äh. Äh. Mal schaffen. Beziehungsweise sollte Bobik. Der Game Master. Und Entwickler. Die Spielzele schaffen. Nochmal. Ein paar der Offlineserver online zu kriegen. Ähm. Dann. Könnten wir versuchen an unserem Dorf weiter zu bauen. Da haben wir schon eine primitive Hütte. Eine Schmiede und so. Damit wir bessere Häuser bauen können. Also. Wir haben schon unser Eisen gefunden. Und Eisen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch so ein. Etwas. Mystifizierte. Äh. Ressourcenpunkt. Weil. Es ist halt nicht leicht zu finden. Es gibt auf der Map keinerlei Indikatoren. Die jetzt zum Beispiel zeigen so. Oh. Irgendwo hier könnte Eisen sein. Oder so. Ähm. Was natürlich wahrscheinlicher ist. Ist dass es im Gebirge Eisen gibt. Oder. Ja. Hier am Vulkan. So. Äh. Eisen vorkommen. Das wären halt alles so Sachen. Wo man annehmen könnte. Dass es Eisen gibt. Was auch interessant ist. Sind auf der Minimap diese Verfärbungen hier. Das ist jetzt keineswegs. Äh. Texturenfehler. Sondern zum Beispiel. Das hier ist normaler Sand. Und das braune hier könnte Clay sein. Den man zum Beispiel für Formen. Äh. Von Schmiedewerkzeugen braucht. Wie zum Beispiel einen Amboss. Kies. Oder Kies. Ähm. Planier. Äh. Gegenstand. Dass du halt eine gute. Äh. Guten Untergrund hast. Für Gebäude. Also ich weiß jetzt nicht ob das was. Braucht. Aber bisher braucht man glaube ich nur. Normal. Äh. Äh. Geflatten Ground. Ja. Halt eben Kies. Alles mögliche. Also ich denke mal diese Insel hier könnte sehr rohstoffreich sein. Äh. Ja. Man weiß es nicht. Ähm. Ja. Also sowas halt. Ähm. 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 Spende. Ähm. Das geht momentan leider nur per Paypal. Mal. Aber das kriegen wir schon hin. Ähm. Ähm. So. August. September ist so ein angeschlagener. Äh. Release Date für eine Early Access Version auf Steam. Von einer kleineren Version dieses MMOs. Das ist Life is Studio Your Own. Da können dann bis zu 64 Mann Server äh. Online gestellt werden. Die man selber hosten kann. Wo man auf 3x3 Quadratkilo. Äh. 3x3 Kilometern. Was sehr vieles Leute unterschätzt das nicht. Also für einen so ein ähm. 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 Die braucht man gut eine halbe Stunde um da durchzuheizen. Das ist schon echt hart. Ähm. Die kann man dann selber online stellen. Und da halt eben mit Sachen Geld und so drauf spielen. Ich werde halt verschiedene Links unten in die Beschreibung reinpacken. Wo ihr euch die Unterschiede zu Life is Studio Your Own und dem MMO angucken könnt. Aber das Entwicklerstudio braucht Geld. Von daher kauft euch auf jeden Fall Life is Studio Your Own. Wenn es denn mal dann in ein paar Monaten rauskommt. Um ähm. Um ähm. Die Entwicklung des Hauptspiels zu unterstützen. Bei Your Own ist halt das praktische. Man kann schon mal die Mechaniken kennenlernen. Schmiedkünste. Alles mögliche. Ja. Also was kennenlernen. Ähm. Oder ihr spendet direkt 50 Euro. Es ist viel. Es ist ein Vollpreis. Preis. Dann könnt ihr auch hier diese Version testen. Weil das ist jetzt die. Die Closed Pre Alpha. Also es gibt nur Closed Alpha momentan. Ähm. Dann werdet ihr praktisch in diese. Erlauchte Tester Gruppe reingeswitcht. Von den. Admins. Und dann könnt ihr auch. Äh. Da hat sich in letzter Zeit auch schon. Einiges getan. Die Server sind jetzt nicht mehr nur so 2-3 Stunden online. Sondern ähm. Teilweise. Also. Ich spiel jetzt hier um. 13 Uhr. Und die Server sind gestern um 18 Uhr online gegangen. Also. Rechnet euch die Differenz aus. Es ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Wir freuen uns alle darüber. Bis zu den nächsten Videos von Life is Feudal. Ähm. Mit mehr Gameplay Mechanics. Und nicht mit so einem random Tim Switch. Wie ich das jetzt hier in diesem kleinen Informationsvideo gemacht habe. Euer Eisenwort. Haut rein Leute. in jeder. Bei uns. mit mehr Beteilig. Det Libes. Ich bin mal hier auch dran. Wir gucken mal hier.